Seid gegrüßt Leute, ich bin's Christoph von Replay. Heute melde ich mich mit einem Buch, das ich auch schon vor ein paar Wochen gelesen habe. Es handelt sich um den Thriller 13 von Steve Kavanaugh. Das ist der Teil 4 der Eddie Flynn-Reihe, habe ich mal wieder nicht vorgesehen, brauche ich euch nicht erzählen, habe ich schon des Öfteren erwähnt, aber das ist bei dem Buch auch völlig wurscht, das kannst du wirklich auch ohne die vorhergehenden Teile lesen. Das Ganze gibt es als Kinder, da habe ich es gelesen, für 9,99 und als Taschenbuch für 13 Euro. Ich danke der Blogger-Plattform von Random House für das Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe. Wie gesagt, das Ganze ist der vierte Teil einer Reihe, Eddie Flynn-Reihe. Eddie Flynn ist ein Strafverteidiger in den USA, der sich ja viel um Leute kümmert, die nicht so viel Geld haben und wenn er überzeugt ist, dass einer unschuldig ist, dann macht die die ganze Sache manchmal auch klar, für umsonst oder für nichts. In diesem Fall, in der hier beschrieben wird, ist die Sache erst mal ganz anders. Der berühmte Schauspieler Bobby Solomon, ein junger, raufstrebender Schauspieler, der jetzt wirklich einen richtig fetten Fuß in Hollywood gesetzt hat, mit einigen Filmen und Actionstar, der wird verdächtigt oder wird angeklagt, seine Frau und deren Geliebte und deren Geliebten brutal ermordet zu haben. Alles spricht gegen Bobby Solomon, alle Beweise und es ist eigentlich fast schon sehr schwierig, den überhaupt rauszuhauen. Er hat aber natürlich viel Geld und besonders Star-Anwalt oder ein ganzes Star-Anwalt-Büro an seiner Seite und der Chef von dem Star-Anwalt-Büro will, dass Eddie Flynn in das Team mit einsteigt, um zu helfen, Bobby Solomon rauszuhauen. Er trifft sich dann auch mit Bobby Solomon, Eddie Flynn und vertraut seinem Gefühl, dass dieser junge Schauspieler einfach unschuldig ist und seine Frau nicht ermordet hat. So steigt er dann ein in dieses Team und ja, so entwickelt sich dann dieser Prozess gegen Bobby Solomon und aus bestimmten Ereignissen, die ich jetzt noch nicht sagen möchte, steht plötzlich Eddie Flynn als einziger Verteidiger von Bobby Solomon da, da eben dieses andere Büro aus bestimmten Gründen nicht mehr bei der Verteidigung dabei ist und so versucht Eddie Flynn alleine diesen Bobby Solomon rauszuhauen. Nebenbei erhält er so seltsame Indizien, dass ein Fall über einen Serienmörder, der nie gefasst ist, damit zu tun haben könnte. Dollar Bill wird er genannt, weil er an seinen Tatorten Dollarscheine hinterlässt und schnell stellt sich heraus, dass tatsächlich eine Riesenverbindung zu diesem Serienmörder besteht. Und irgendwann kommt es so weit, dass Eddie Flynn davon überzeugt ist, dass dieser Dollar Bill ein Teil der Jury ist, also der geschworene Jury und das erschwert den Fall natürlich und macht diesen ganzen Teil einzigartig. Ja, soviel zum Plot. Also das mit dem Dollar Bill in der Jury, das habe ich jetzt erzählt, das steht glaube ich sogar auf dem Klampentext oder wird auch groß da geschrieben, das ist kein Geheimnis und kein Spoiler. Und die Geschichte ist wirklich hochspannend, wie ich finde, hochspannend geschrieben, eine tolle Idee und ich finde das wirklich klasse umgesetzt von Steve Kavanaugh. Die meisten Meinungen sind da auch, wie ich sie hier kundtue. Es gibt nur ganz wenige, die das Buch nicht spannend fanden. Mich hat es mitgerissen, ich habe es in wenigen Tagen durchgelesen, obwohl ich nicht viel Zeit hatte. Und das ist sehr spannend geschrieben, mal aus der Sicht von Eddie Flynn und mal aus der Sicht von diesem Serienmörder, der natürlich versucht, hier seine Art, wie er diese ganzen Serienmörder begeht und wie er dann sich da selbst in diese Jury ja irgendwie reinbekommt durch Tricks und brutales Vorgehen. Super gemacht, super Ideen. Es gibt einige so brutale Stellen in dem Buch, die aber auch nicht überzogen werden für einen Thriller genau richtig. Muss ja auch ein bisschen Action und ein bisschen Blut fließen, finde ich zumindest. Und deswegen macht das wirklich dieses Buch zu einem großen Spaß, wie ich finde und zu einer spannenden Angelegenheit, die man sich eigentlich nicht hier gehen lassen sollte. Ich hätte mir dieses Buch mit Sicherheit auch gekauft, wenn ich es nicht als Rezensionsexemplar gekriegt habe. Und deswegen kann ich aus meiner Sicht für diese super Unterhaltung, für diese spannenden Stunden, die ich mit dem Buch verbracht habe, auch nur fünf Sterne vergeben. Dieser Steve Kavanaugh war mir vorher nicht bekannt, auch diese Eddie Flynn-Reihe nicht. Und der Eddie Flynn ist wirklich ein toller Charakter, der da entwickelt worden ist, macht Spaß zu lesen und man fiebert da wirklich mit. Und man entwickelt auch ziemlich Antipathie gegen diesen Serienmörder, obwohl der wirklich ziemlich einzigartig und ziemlich geschickt vorgeht und ziemlich toll dargestellt wird. Und auch seine Methode mit den Dollarscheinen an den Tatorten ist klasse geschrieben und eine klasse Idee. Also wie gesagt, fünf Sterne für mich für diesen Roman. Thirteen von Steve Kavanaugh aus der Eddie Flynn-Reihe. Kann ich nur weiterempfehlen. Dieses Buch macht Spaß gemacht. Ja, was soll ich noch mehr sagen? Ich habe gehört, ich bin begeistert. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch bei meinem nächsten Video dann wieder dabei seid. Ciao, bis demnächst.